Hallo, 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 alles gut? Ja, danke selbst. Mein Name ist Anja Paschen, ich bin Kinderkrankenschwester und Still- und Laktationsberaterin und arbeite als Stillbeauftragte in einer großen Klinik in Düsseldorf. Ist das Stillen wichtig für Mütter? Das Stillen ist sehr wichtig für Mütter, weil Stillen macht so viele Sachen einfacher. Die emotionale Bindung ist gut, Mutter und Kind sind gesünder, also es hat wirklich sehr viele Vorteile. Kannst du ein paar Vorteile nennen? Zum Beispiel sind die Mütter gesünder, Frauen, die stillen, haben nachweislich deutlich weniger Brustkrebs, Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs, ist deutlich weniger bei Frauen, die gestillt haben. Die emotionale Bindung ist einfacher, weil das Baby im Hautkontakt einfach bei der Mutter gute Hormone auslöst. Es wird das Oxytocin ausgelöst, das Liebes- und Bindungshormon und das macht auch Bindungsverhalten, gerade im frühen Wochenbett, so viel einfacher. Ist eine Mutter, die stillt, gelassener? Bei der Mutter, die stillt, ist gelassener, da muss ich wieder auf die Hormonlage zurückkommen. Gerade das Baby im Hautkontakt oder auch beim Stillen löst bei der Mutter Hormone aus, die gelassener machen. Frauen, die stillen, können schneller wieder einschlafen, sind nicht so anfällig für Stress. Also in der Natur hat sich da schon was richtig Gutes bei gedacht, bei dem Stillen. Senkt das Stillen das Risiko von Krankheiten für die Mutter? Ja, Frauen, die stillen, sind in vielen Belangen deutlich gesünder. Brustkrebs, Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs ist deutlich geringer. Die Gefahr, dass Frauen später nach der Stillzeit an Diabetes erkranken, ist deutlich gesenkt. Osteoporose nach den Wechseljahren ist deutlich geringer, wenn Frauen gespielt haben. Also Stillen ist nicht nur für den Moment nach der Geburt eine tolle Sache, sondern auch eine gesundheitliche Investition für die Frau, auch für die Zukunft. Fühlt sich das Kind durch das Stillen bei der Mutter geborgener? Ja, das muss ich auf jeden Fall sagen. Kinder, die bei den Müttern im Hautkontakt sind, fühlen sich geborgener, weil gerade dieses Haut zu Haut ist das, was Kinder einfach wollen. Ein Baby im Hautkontakt kann seine Mutter sehen, riechen, schmecken, fühlen. Es ist fast so ähnlich wie im Bauch der Mutter. Kinder fühlen sich wie zu Hause. Hat das Stillen gesundheitliche Vorteile für das Baby? Das Stillen hat für das Baby sehr, sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile. Gerade für die ersten Tage, da wird ja das Kolostrum produziert, das ist die sogenannte Formel. Da hat das Baby im Endeffekt einen sehr guten Immunschutz, der ein Leben lang anhält. Die Entwicklung des Darms ist deutlich besser. Kinder, die gestillt werden, haben deutlich weniger Neugeborenen-Gelbsucht. Kinder, die gestillt sind, haben deutlich weniger Mittelohrentzündung, weniger Durchfallerkrankungen. Das sind so die kurzen Sachen, aber auch die langfristige Investitionen, weil auch viele Krankheiten bei Kindern, die gestillt wurden, auf dem späteren Leben deutlich weniger auftreten. Und Kinder, die gestillt sind, schlafen deutlich sicherer. Das ist also ein Schutz vor dem plötzlichen Kindstod. Bildet sich durch das Stillen eine bessere Mutter-Kind-Bindung? Ich denke schon, dass es viele Sachen einfacher macht durch die Hormonlage der Mutter. Natürlich können Frauen, die ein Fläschchen geben, auch eine sehr liebevolle Bindung zu ihrem Baby aufbauen. Das möchte ich überhaupt nicht unterschätzen oder abwerten. Aber Stillen macht viele Sachen so viel einfacher. Die Mutter hat einen geringeren Aufwand durch das Stillen, weil Frauen, die Fläschchen füttern, müssen nach und einkaufen, zubereiten, Fläschchen sterilisieren, reinigen, nachts aufstehen, wenn das Babyhunger hat, ein Fläschchen kochen. Muttermilch ist immer dabei, sauber hat die richtige Temperatur. Der größte Brusttagwachstum ist in der Schwangerschaft. Von daher kann man nicht sagen, dass Stillen dem Aussehen der Brust schadet. Nach der Stillzeit, nach der beendeten Stillzeit, kann es schon sein, dass der Busen erstmal etwas weicher wird, weil die Brustdrüsen sich zurückbilden, weil die Milchproduktion ja dann nicht mehr gefordert ist. Aber das gleicht sich in der Regel ein paar Monate nach Beendigung der Stillzeit wieder aus. Welche Probleme können beim Stillen auftreten? Es kann zum Beispiel sein, dass die Brustfazen etwas wund werden. Das kann ein Problem sein, was beim Stillen auftritt. Es kann sein, dass es zum Milchstau, Brustentzündungen kommt. Aber wenn Mütter gut informiert in die Stillzeit reingehen, kennen sie die frühen Symptome und können dann sich auch direkt raten und Hilfe holen. Hilft Stillen bei der Gewichtsreduktion nach der Geburt? Frauen, die stillen, verlieren schneller an Gewicht, weil der Mehrbedarf durch das Stillen beim Einlegen ist bei 300 bis 500 Kalorien pro Tag. Also Frauen dürfen schon ordentlich essen und nehmen trotzdem gut ab. Und was das Schöne ist, früher gab es immer so Stilldiäten, die werden heute gar nicht mehr empfohlen. Frauen, die stillen, dürfen im Prinzip alles essen und trinken, da gibt es nur ganz wenig Ausnahmen. Bildet sich die Gebärmutter schneller durch das Stillen zurück? Auf jeden Fall. Beim Stillen wird Oxytocin ausgeschüttet, das Liebes- und Bindungshormon, was einfach für ganz viele Abläufe im Körper wichtig ist. Wenn das Baby an der Brust trinkt, sorgt das Oxytocin dafür, dass die Gebärmutter sich immer so ein bisschen mehr zusammenzieht und dadurch ist die Rückbildung der Gebärmutter auch vereinfacht. Gibt es einen wertvollen Tipp, wenn das Stillen jetzt nicht richtig klappt, den man als Mama einbeziehen kann, gerade in der Anfangsphase? Ja, es gibt mit Sicherheit gerade in den ersten Tagen sind viele Mütter so ein bisschen überrascht über die häufige Frequenz, also wie oft das Baby stillen möchte. Und dann finde ich es einfach total gut, wenn der Vater mit einbezogen wird. Eine Mutter ist mit dem Baby hier oft nicht alleine. Die Männer haben Urlaub, dass man dann auch mal sagt, so Papa, das ist jetzt mal dein Baby, beruhigt das Kind mal, dass ich mal in Ruhe duschen und zur Toilette gehen kann. Und danach sieht die Welt meistens immer schon viel besser aus. Kommt es vor, dass es bei Müttern nicht klappt, dass sie stillen können? Es gibt doch schon mal Mütter, wo es einfach anatomische Probleme gibt oder es gibt auch Frauen, die sich ganz bewusst gegen das Stillen entscheiden. Das finde ich eine ganz legitime Sache. Das ist das Recht der Frauen, das zu entscheiden. Und dann gibt es einfach gute Möglichkeiten, auch das Baby mit einer Formularnahrung zu füttern. Oder Frauen, die auch sagen, sie möchten nicht stillen, können vielleicht das Kolostrum, die Formel, die sich in der Schwangerschaft bildet, dem Baby für 24 Stunden geben, dann die Abstilltabletten nehmen, dann das Baby mit Formularnahrung füttern. Aber auch die 24 Stunden, die das Baby, die Formel bekommen hat, sind ein großer gesundheitlicher Bindel für Mütter und Kind. Hast du drei wertvolle Tipps zum Stillen für Mütter? Ja, ich denke schon, dass drei wertvolle Tipps sein könnten. Informiert euch einfach gut über das Stillen schon in der Schwangerschaft, damit ihr einfach schon so ein paar Sachen wisst. Das finde ich ganz wichtig. Das Zweite, lasst euch genug Zeit nach der Geburt, um euer Baby kennenzulernen. Das heißt, in Deutschland Wochenbett, es müsste eigentlich Flitterwochen mit Baby heißen, und wirklich diese innige Zeit erst mal zu genießen, ist auch sehr gut, damit ihr euer Kind kennenlernt. Und als Drittes, holt euch Hilfe früh genug, wenn Probleme auftreten und wartet nicht, bis es zu großen Problemen kommt. Bis zum nächsten Mal.